Guten Tag, hier spricht jeder Feuerpädel-Games und Spielpfeiler Griegerin Slayer hier in der Mission Wiederhalt! Jetzt tun wir noch ein paar neue Spielpädel-Games und Spielpädel-Games und Spielpfeiler Aktuell haben wir den Totschutz Das war richtig Mein Fallschutz ist da Ähm... Wieder so... Nur am Luftgabber Wir decken schwarzes Flur Dann hat er gesagt Ah, da ist kein Eingriff danach Aber du hast so nicht nachgemacht Ich war... Nicht so Ich bin, wir haben eine Möge Weile Wir haben keinenen Merck Wir sind nicht in der Videospirale Jetzt hör sie Schwer Als nastet Schwer Schwer Das ist eine Katze Eine sehrnote Doe Aber diese Wache ist auch ein Spiel Wischgeräusch. Ich habe den Wache, der Wache wissen, wie soll. Wenn ich sie nicht zeigen, ist, ob ich es nicht so. Aber ich will da nicht, wenn ich auch nicht, ob ich es ist. wenn ich sie nicht so sagen, macht er immer seine Gegend nerfig Es ist ein bisschen nerfig, was du Glück habe ich nicht Ich bin gerade traurig, weil ich voll krass Alter, die Liebe die Kästler, mega hart Ich bin auch schon überlebt, hau 1. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 8. Das ist ein bisschen scharf. Aber... das Ding von der Rie nicht, aber mächtig spielt... Das Gerät ist schon massiv... Okay, kann es dann passieren... Sollte nichts passiert, aber wenn es passiert, dann passiert... Wie jetzt sagen wir müssen jetzt wieder mit Angst warten... Sollte... 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 Das war's für heute. Ah lach. Das war für Händler ja auch so schnell aufgelappt, das heißt nur noch die Güsse. Und dann haben wir wieder die Sankt immer endlich gegen Posten und den Chef. Ich würde noch gerne langsam den Verband in Endposting spielen werden. Dann müsste er mega sein. Ich bin echt gespannt und dann haben wir was zu sehen. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich habe hier vollstrahlen. Ich habe hier einstrahlen. So bin ich jetzt Egentraining an Flügel an den Botschrein. Meine Botschrein könnte wirklich schwer werden. So Leute, hofft es geht ruhig schnell mal. Besser jetzt zu refreshen als an zu sterben und dann müssen wir dann immer noch größere Probleme machen. Dann haben wir noch ein bisschen was dann ein jemand verlieren. Dann können wir die Mission zu den gleichen Rangstrahl. Und das finde ich die Frage, dass wir jetzt doch die Mission zu den Rangstrahl. Noch muss die Mission zu den Rangstrahl. Oh my god, die! Die K-Map braucht dann nach Hause, die Erfahrt auf, die wir brauchen, die Erfahrt. Da, 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 da. Hier, da, 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 da. Dass man viel einstürzt. Angriff sind mir nicht schlecht. Ich habe schon Sterne benutzt. Was ist hier mit der Einigung der Sterne? Ich bin jetzt so spezial. Es geht doch eben wegen der Nacht. Oh, da muss ich nur noch was langsamer Spur gelaufen. Ah, man, fuck. Oh, man, I can't do that. Oh, I can't do that. I'm just going to go to the fire and then I'm going to go to the fire. Hallo, es ist immer so ein schönes Wahl, durch ihn zu kämpfen, raus zu hauen. Spike Lee, kurz gehabt, wieder die Mission, erfolgt bald abgeschlossen, zum 19 und die Nummer 99. Und dann kann sich die Karn-Württemberg geben. Alle Macht wird schön aus, wieder erneutend. Ich muss mal schon sagen, schöner Auto! So Leute, schafft man die 100 noch, das wäre mega, wenn man noch die 100 schafft! Das wäre was, wenn man die 100 schafft! Aber ich könnte es noch vorher schon nicht schaffen! Die 100 schafft man die 100 schafft! Das wäre zu 100 schafft! Die 100 schafft man die 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 100 schafft! So, jetzt gehen wir noch schön baden! Und, okay! Und, okay! Ich weiß nicht, dass ich so viel zu sagen Oh ja, so Leute, gucken wir mal, ob das Kriegmeier noch rechnen kann. Aber Leute, ich bin weg, du bist auch von Apelda gegen Apelda, tschüss, 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 und PG, bis zum nächsten Mal.